So meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Ben Erscher auf meinem wunderschönen Kanal. Ich habe jetzt mal ein kleines bisschen durchgelesen, wie das jetzt mit dem Trailer läuft, mit dem Schafen, mit dem Schneider und so weiter und so fort. Und zwar ist es nicht ganz so wichtig, dass man den Trailer jetzt erstmal holen. Und zwar sehen auch hier die Klamotten sind fair, also sind durchschnittlich. Das ist noch in Ordnung und 16. Und die Klamotten sind wie gesagt erstmal durchschnittlich. Wir sollen erstmal, ist wichtig, dass die Nahrungsversorgung steht und die Gesundheitsversorgung, dass die erstmal am wichtigsten laufen. Danach kann man daran sich heransetzen. Über ihn kann man dann die Schafe und alles holen. Und der Hunter, der holt Leder von den Tieren, die er jagt. Da fällt jeder Leder an als Nebenprodukt. Und deswegen können wir theoretisch jetzt erstmal weitermachen und können uns mal überlegen, was wir als nächstes brauchen. Also vielleicht wäre noch ein Feld, vielleicht nicht ganz wenig. Aber wir brauchen ja auch noch ein Hailer, ein Hospital. Darüber habe ich mir jetzt nichts durchgelesen, aber wir lassen das mal trotzdem so jetzt hinpflanzen. Wir brauchen hier Gears Hunter, glaube ich brauchen wir noch Bruce und Barry, der ein bisschen Zeugs sammelt. Ich glaube der ist nämlich auch noch ein kleines bisschen wichtig. Wir werden jetzt einfach mal bauen. Wie gesagt, wir können alles mal bauen, aber ob das wichtig ist, das sehen wir erst im Nachhinein. Deswegen, los geht's. So, unser Hunter ist jetzt fertig. Jetzt setzen wir uns den ersten Typen in den Hunter rein, wenn ich hier sehe. Da, genau. Wir nehmen einen von dem Farmer weg und setzen ihn bei den Huntern rein, weil so viel hat er hier nicht zu tun. Seine drei Tiere, die er hier gerade mal besitzt, mehr hat er ja hier nicht. Den Hunter werden wir auch mal später woanders noch hinpflanzen. Wichtig ist aber auch, dass wir dann irgendwann mal gucken, dass die Iron, wie wir Iron am besten bekommen, weil ich glaube über eine Mine kriegen wir nur Stein heraus. Müssen wir mal gucken. Dann lasse ich das jetzt mal vorlaufen, bis die zwei hier auch noch fertig sind. So, ich habe mich mal kurz noch mal weiter informiert mit den Heilen, mit dem Arzt und sowas. Äh, dieser, äh, wir brauchen einen Herbalist, einen Herbalist, 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 den habe ich doch auch schon gesehen. Genau, ein Herbalist. Und zwar, der stellt, oder der, der sucht jetzt nach, nach Rohstoffen, die man benutzt für Heilkunde, sowas. Und der ist jetzt am wichtigsten. Wir setzen mal hier die Leute weniger, als hier drüber. Hier drüber. So, genau. Und hier sollen alle eingesetzt werden. Drei Leute. Ach, weiß ich. So, unsere Felder sind auch wieder fertig. Wir gucken mal. Dreitausend Pumpkins. Naja, wir wollen mal hoffen, das ist jetzt mal reich, oder? So, der Winter ist eingebrochen. Wir gucken mal. Firewood 1000 habe ich hier eingestellt. Firewood 200. Und hier haben wir auch nochmal Firewood. Haben wir kein Holz? Wir haben kein Holz. Ähm, deswegen setzen wir jetzt mal auf den Forrester hier ein paar Leute. So. Dass wir jetzt unbedingt Holz brauchen, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und Eisen kriegen wir alles aus einer Mine. Das heißt, wir müssen auch eine Mine bauen. Die haben hier langsam ihre kaputten, ähm, Sachen. Uh, wir kriegen voll, äh, Fleischer. Und Leder haben wir auch. Schon zehn Stück. Das heißt, wir können uns auch dann irgendwo mal Kleidung herstellen. Aber als nächstes ist es wichtig, dass wir uns ein, eine Mine uns holen. Da ist die Mine gebaut. Und, und der können wir dann eben Cola und Eisen uns rausholen lassen. Und richtig ist natürlich, dass wir uns Eisen holen. Ich glaube, das ist nämlich das Wichtigste im Moment. Wir müssen mal aufpassen, dass der Frühling ja nicht so schnell kommt. Da müssen wir nämlich ganz schnell auf Stopp machen. Und auch wieder umbauen. So, der Frühling, Frühling, Frühling nah. Man sieht schon, es wird wieder heller. Und das heißt, wir gehen von den Billern nach unten und gehen alles so einigermaßen auf die Farmer. Zähne von zwölf. Das reicht. Drei Builder haben wir noch. Das ist eigentlich viel, viel zu wenig. Poster werden weniger. Wir gehen auf die Builder. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt den größten Dreck jetzt eigentlich bauen. Und zwar das Wichtigste ist eigentlich die Mine. Nach der Mine brauchen wir jetzt noch ein, ein Plugsmeet. So, ich hoffe mal, jetzt wird das mal langsam draus. Weil wir bekommen langsam echt Probleme langsam hier. 4.000 Pumpkins. Also ich glaube, an Essen mangelt uns das im Moment nicht mehr. Im Moment mangelt uns es an Werkzeugen. Ich hoffe mal, dass die hier bald farblich sind. Und danach sollen sie sich hier dran setzen. Also wir können ja, stimmt, wir können ja alles hier pausieren, was wir gerade nicht brauchen. Wir sind nicht so bescheuert. Ich bin doch einfach nur bescheuert im Kopf, oder? So, machen wir mal kurz Stopp. Es hat gerade gekribbelt an meinem Raum. Na ja, wir wollen mal gucken, was hatten die jetzt eigentlich noch für Probleme? Sie hat keinen Job. Dadurch, dass wir ja hier 6 haben und wir brauchen nicht so viele. Na ja, komm, hier gehen wir mit hier hin. Falls sie die ist, die eine? Nein, anscheinend nicht. Oh, es ist wieder Sommer. Problem, 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 Problem. Ja, wir müssen hier auf Farm setzen. So. Und jetzt hoffe ich mal, dass die mal langsam hier fertig wären. Wir brauchen Stein. Na ja, gut, okay. Das erklärt natürlich einiges, warum das hier nicht weitergeht. Das hätte ich mal früher gucken müssen. Hier, schön, Stein collected. Und los geht's. Partyart. Ah, guck mal, solange die das Feld nicht bestellen können, gehen die einfach mit zu den Steinen abbauen. Nice. So. Eilen braucht man hier nicht. Jetzt brauchen wir nur noch Steine. Ich hoffe, es geht relativ schnell jetzt. Weil ich ja bescheuert war und keine Steine gemacht habe. Na ja. Kann ja mal jedem passieren, glaube ich mal, hoffe ich mal. Ach guck mal, wir hatten ja auch Viere hier drauf. Guck mal, das überspringt irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ach, die haben auch Essen hier drin. Also na ja, dann, wenn es denen nicht gut geht. Na ja, dann müsste ich überhaupt nicht mehr weiter. So, Steine müssten sie eigentlich gleich komplett haben. Und wir sehen uns wieder, wenn die Biene fertig ist. So. Da ist die Biene gleich fertig. Aber warum habe ich denn jetzt schon mal begonnen? Ich wollte doch eigentlich weitermachen, wenn die Biene fertig ist. Ja, klar. Aber wir haben ein kleines Problem. Unser Haus ist voll. Unser Haus ist voll. Das ist ein ganz kleines Problem. Wir werden hier einfach dahinter nochmal so ein Stowage-Ding bauen. Ich hoffe, das klappt so ordentlich, dass es so... Ja, guck mal, das ist doch nicht dran. Das passt ja. Wunderbar. Und zwar ist es ein Stowage-Bahn. Nice. Dann machen wir am besten, machen wir gleich zur Synchronisierung. Also zum gleichgesinnten Bauen oder... Ah, das ist falsch. Das ist falsch. Ähm, Hausverstörend. Und zwar mache ich ja hier immer noch einen Weg drumherum. So. Und da kommt dann hier dazwischen der Stowage-Bahn. Jetzt passt es doch wunderschön. Dann machen wir hier mal noch ein Dings hin. Ein... Ach, was war das? 4x6, glaube ich war es. So. Und dann können wir hier noch unseren Weg durchziehen. Und dann sieht das auch nochmal schick aus. So, ich hoffe mal, das reicht jetzt. Und dann können wir mal gucken, ob jetzt unsere Mine... Unsere Mine ist fertig. Geil. So, da gucken wir mal. Die hat noch 100% voll. Sie soll... Iron suchen. Nö, von... Machen wir mal 300. Was geht in 100er Schritten? Machen wir mal 1000. Mal gucken, ob da genug drin ist. Und dann können wir... Eigentlich können wir auch Kohle mal auf 1000 mitsitzen. So. Und dann können wir da nämlich ein paar Arbeiter jetzt hinsetzen. 15 Leute können da drin. Also, ihr seht schon, es ist dann... Äh, ziemlich viel, die da arbeiten können. Und wir machen mal wieder Play. Jetzt ist ja unsere Mine fertig. Ziemlich schick. Ziemlich simpel. Ziemlich einfach. Das ist ja die normale Mine. Und wir haben ja dann noch den, äh, für Steinmetze, diese Mine. Die gibt es ja auch noch. So, und ich sehe ja gerade... Winter ist ja gerade, glaube ich, erst geworden. Deswegen... Ah, guck mal, hier haben wir auch die ganzen... Okay, die brauchen wir gerade nicht. Ähm... Wir nehmen mal hier zwei weg. Können hier auf Wilder sitzen. Und da wird nämlich unser Forstwilder schnell fertig. Und wir brauchen noch unser Herbitel. Den machen wir jetzt noch nebenbei. Und dann klappt das doch schon. Ja, schön, dass der hier voll ist. Aber wir bauen ja schon unseren Zweiten. Vielleicht sollte man auch mal einen Markt machen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Und wenn das Ding fertig ist, können wir uns auch Sachen herstellen. Also... Werkzeuge. Und Werkzeuge sind ja auch wieder wichtig. So, der Sommer trifft wieder ein. Und wir brauchen wieder ein paar Leute, die auf unseren Feldern arbeiten. Hier hinten, das Ding ist noch nicht fertig. Wir brauchen wieder Steinen. Wer hätte das gedacht, dass in unserem Dorf kein Stein fehlt. Und was macht Menzi? Menzi guckt natürlich nicht, ob uns Steinen fehlt. Nein. Warum auch? So, genug Steinen jetzt ausgewählt. Und jetzt fehlt uns nur noch die Leute, die den Stein abbauen. Hey. So, es ist endlich geschafft. Der zweite Sourge-Bam ist fertig. Oder wie heißt das? Bam. Bam, in your face, so ungefähr. Ich habe jetzt mal kurz auf 8000 runtergeschraubt. Weil wir haben hier vorne 5000. Das Ding ist fast komplett voll mit Pumpkins. Ich glaube, das ist viel zu viel. Der Herbster ist jetzt auch schon am Start. Da machen wir mal so... So schnell konnte ich jetzt gar nicht gucken. Äh, als nächstes soll der Blacksmith gemacht werden. Der Herbster. Wo haben wir den? Äh, hier der Herbster. Und wir können schon mal einen auf unseren Blacksmith machen. Weil der wird bestimmt auch schnell tätig sein. Und wieder Play. So, jetzt haben wir nämlich die Sache. In unserem Dorf wird eigentlich so gut wie alles jetzt hergestellt. Also bei uns wird Feuerholz hergestellt. Bei uns wird Holz hergestellt. Bei uns wird Eisen abgebaut. So, wie sieht es denn überhaupt aus mit unseren Iron? Nichts so viel. Wie sieht es aus mit einer Mine? Da ist auch noch 100% voll. Das gefällt mir auch. So, die paar Kurse, die noch da sind. Ich glaube, lieber scheiß drauf. Wir brauchen nicht so viel. So, der Garretant. Da machen wir noch als nächstes. Dann haben wir 5 von 6. Äh, 4. Das passt schon. Und da ist nächstes Mal noch das Hospital schnell fertig. Gucken wir uns mal an. Herb im Limit. Wo wird das eingebaut? Eing, ein, das wird bestimmt hier drinnen in die Häuser. So, der Blacksmith ist auch bald fertig. Das freut mich. Und da können wir nämlich nach diesem Part den Blacksmith, beziehungsweise die ersten Waren herstellen lassen. Das passt auch schon. Und den Gevza Hunter, den könnten wir eigentlich auch schon in einen reinbauen. Damit hier auch schon so richtig zum Loslegen dann ist. So. Und Leute, ich suche immer noch neue Spiele, die ich auf meinen Kanal bringen kann. Denkt dran, bis zu 10 Parts kann ein Spiel bringen. In der Playlist danach kann es für mich beendet sein werden dürfen. Weil, äh, 10 Mal reingeguckt, so ungefähr reich. 10 Mal 15. Oder sagen wir mal, 10 Mal 15 sind schon 15 Minuten. So, wenn wir mal 15 machen, sind wir bei 1 Stunde 15 Minuten. Das ist relativ viel. Davon auch einen Haufen rausgeschnitten und alles mögliche. Also, ich weiß ja nicht. Mehr Promo, glaube ich, auch im Moment nicht. 15 ist eben ziemlich, ziemlich gut. So, die Klamotten werden langsam rar. Also, die werden langsam kaputt. Und, da müssen wir uns auch als nächstes mal heransetzen, dass bei uns der Schneider gebaut wird. Der Trailer. Und den werden wir einfach hier dahinter, glaube ich, hinbauen. Einfach so. Und der wird, ja, der darf auch als nächstes gleich gemacht werden. So, der Blacksmith ist fertig, ist da. Tool Limit 50, ich glaube, das reicht. So viele Leute haben wir nicht. Und er seine Sachen fertig hat, äh, reicht das, glaube ich, auch schon, dass wieder neue da sind. Passt schon. So, wir können natürlich auch Stahl machen. Dafür haben wir auch noch keine Kohle. Könnte man da jetzt aber auch mal sagen, jo, okay, bauen wir ein bisschen Kohle ab. Und wir sehen, ach du heilige Scheiße, hier wird aber viel an, äh, Kleinstzeug gesammelt. Also an, an, an Bären und sowas. Und wir können da jetzt einfach mal sagen, jo, okay, such mal bitte nach Kohle erstmal. Da können wir nämlich dann das, äh, Stahl herstellen. Und ich würde einfach mal sagen, wenn euch der ganze Spot gefallen hat, gebt nur noch um, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann müssen wir nächstes Mal, sagt der Herrmann ins Wort. Ciao, ciao.